Was wäre, wenn jemand nach und nach die Pyramiden, Kammern und sogar die Nebenpyramiden immer genauer erklärt in ihrer Funktion und zwar nicht als Grabmäler oder Kultstätten, sondern aus der Sicht einer technischen Anlage, also einer technischen Funktion, einer vielleicht vermeintlichen früheren industriellen Produktionskette, könnte das sein, sowas wie jetzt die rote Pyramide oder wo wir hier gerade hinfliegen, die Knickpyramide, könnte die für sowas genutzt worden sein und alle sprechen immer über diese großen Pyramiden, also allem voran natürlich die Cheops Pyramide, aber jetzt haben wir hier die Knickpyramide. Was ist denn mit der kleinen? Siehst du das hier? Ich habe vorhin schon oder gerade das gesagt, Nebenpyramide und hier haben wir vor der Pyramide, vielleicht siehst du das, hier noch so ein zusammengefallenes Bauwerk, eine sogenannte Nebenpyramide Und was wäre, wenn man sogar aus technischer Sicht erklären könnte, was vielleicht so die Funktion sogar von den Nebenpyramiden gewesen sein mag? Um diese Fragen soll es heute hier in diesem Video gehen und damit jetzt erstmal ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz und der Kanal hier ist dazu da, dir und mir zu helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen, das zu optimieren im Bereich Glauben, Wissenschaft und Weltanschauung und dazu hinterfragen wir hier möglichst unzensiert solche Themen, wie jetzt eben auch hier die Historie, die Vergangenheit. Und wir haben uns in vielen, vielen Videos schon durch die Pyramiden durchgearbeitet. Ich werde hier oben mal die Playlist verlinken. Das sind ordentlich viele Teile, sehr viel zur Cheops-Pyramide, aber wie gesagt, wir haben uns durchgearbeitet von der Stufenpyramide zur Roten Pyramide, jetzt sind wir bei der Knickpyramide und jetzt geht es zu der Nebenpyramide, diesem kleinen zusammengefallenen Bauwerk da. Und bevor wir da so richtig einsteigen, also falls du jetzt hier neu dabei bist oder vielleicht auch eine Pause hattest, vor vier Wochen haben wir uns ein bisschen was anderes angesehen, das heißt, es liegen schon wieder zwei Monate dazwischen, packen wir uns mal ganz kurz nochmal die Infos zusammen, die wir zu der Knickpyramide hatten, beziehungsweise zu diesem ganzen Plateau, was du hier siehst. Und schauen uns ein paar Sachen an zur Erinnerung daran. Und als erstes möchten wir uns mal hier so ein 3D-Modell ansehen, wie denn da einfach die, ja die ganze Sache designt ist. Also das hier ist so als 3D-Modell. Du siehst hier, diese Pyramide ist hier umschlossen von so einer Mauer. Darin befindet sich dann hier die Nebenpyramide auch, die man hier sehen kann. Ja und dann hatten wir hier halt im Norden noch diesen Schacht oder ja diesen Gang, der da weg geht zu so einem früheren vermeintlichen Tempel oder was auch immer das sonst gewesen sein mag. Das ist so ein bisschen wie diese ganze Anlage da halt aussieht, designt ist. Und wie gesagt, auf Google Earth heutzutage sieht es dann so aus. Das hatten wir jetzt gerade. Also auch hier, hier oben, das war dann das, was sozusagen der Tempel ist oder ja diese vermeintliche Anlage, die da war, was auch immer genau. Hier eben dieser Kanal. Hier siehst du immer noch so diese Reste der Mauer. Also beziehungsweise man kann es hier erkennen, da steht keine Mauer mehr, aber man geht eben davon aus, dass das Ganze hier umschlossen war. Und dann haben wir hier unten eben ja die Reste jetzt dieser Nebenpyramide, wo man aber noch reingehen kann. Und das schauen wir uns nämlich nachher auch genauer an. Und zwar orientiert sich das hier alles an den aktuellen Forschungen von einem Mann namens Joffrey Drum. Der ist auch da nach Ägypten gezogen, um die Pyramiden jetzt vor Ort besser erforschen zu können. Und der hat die Theorie, falls du jetzt hier wie gesagt neu bist, weißt du es noch nicht. Die Theorie, dass die Pyramiden, ja so ein bisschen wie was hier auf einem Bild, da haben wir es. Er vergleicht die Pyramiden mit ja sowas wie Kolben und Reagenzgläsern in chemischen Prozessen. Also wenn Chemikalien irgendwie genutzt werden, um irgendwelche anderen Chemikalien herzustellen, dann braucht man ja bestimmte Anordnungen von Röhren, von Trichtern, von Dingen, die ineinander laufen. Und das ist halt so seine Überlegung, dass aus diesem Grund die Kammersysteme der Pyramiden innerhalb der Pyramiden ganz unterschiedlich designt sind, weil die Pyramiden Teil einer früheren industriellen Produktionskette waren oder industrielle Anlagen, in denen halt Chemikalien verarbeitet wurden oder hergestellt wurden. Und das ist das, was wir uns dann auch das letzte Mal so angesehen haben. Und zwar, ja, dann eben bei der Knickpyramide, bei der waren wir dann ja gewesen. Upsala, da will ich noch gar nicht hin. Gehen wir nochmal ganz kurz hier zu der Knickpyramide zurück. Also hier haben wir nochmal eine 3D-Darstellung davon. Und du siehst jetzt hier im Inneren, das sind diese verrückten Kammern, die wir uns da angesehen haben. Und stell dir die vor als sozusagen, ja, so Glaskolben oder Reagenzgefäße. Also wo halt die Chemikalien reagieren konnten. Das ist seine Theorie dazu. Und was es da auch gibt, sind nämlich hier diese beiden Bereiche. Das ist ein bisschen was Verrücktes. Das gibt es nämlich in Reagenzgläsern auch oder in solchen Verbindungsröhren und Teilen, die da in der Chemie genutzt werden. Da gibt es nämlich schon mal Ventile, so kleine Hähne, die zugeschlossen und geöffnet werden. Und das ist das, was hier eben auch damals ja als Ventil vermeintlich genutzt worden sein könnte. Das sind nämlich riesige Steine, die wir hier haben, die innerhalb dieses Gangsystems runtergelassen werden konnten. Viele gehen davon aus, Archäologen gehen davon aus, naja, die konnten nur runtergelassen werden, um das irgendwie vor Grabräubern zu schützen. Drum sagt halt so, nein, er geht davon aus, dass diese beiden Punkte, die wir hier haben, dass das wirklich Ventile waren, die man öffnen und schließen konnte, konnte, um Flüssigkeiten hin und her fließen zu lassen innerhalb des Kammersystems. Und auch da nochmal ein Rückblick. Das haben wir uns nämlich letztes Mal angesehen. Das hier sind sozusagen diese drei Kammern, die wir auch gerade hier gesehen haben. Also hier diese drei Kammern, die hier verbunden sind über die Rohre. Das hier sieht noch so hübsch aus. Die Kammer in Wirklichkeit sieht die heute sehr verfallen aus, sehr verwittert. Deswegen, das siehst du hier, das ist diese oberste Kammer. Hier haben wir dann diese beiden Ventile und dann sind hier Verbindungen zu den Kammern oder eine Verbindung zu den Kammern nach unten. Und was du hier so als gelb-grüne Sache eingezeichnet siehst, das wäre halt ein chemischer Verarbeitungsprozess von einer Ammoniaklösung gewesen. Hin zu der Produktion von Ammonium-Bicarbonat. Das ist seine Theorie. Und was uns heute interessieren soll, ist die Frage, ob hier wirklich diese Steine als Ventile gedient haben können. Falls ja, müsste es ja irgendwie Hinweise darauf geben, Mechanismen geben, dass so schwere Blöcke, tonnenschwere Blöcke, wie wir sie jetzt hier zum Beispiel haben. Also hier, ja, dann, du siehst den Block, der hier im Gang runtergelassen wurde. Also hier ist dieser eckige Block. Hier hat man sozusagen eine Nische reingeprügelt mit Wahnsinnsarbeit, damit man da weitergehen konnte, weil man nicht die Kraft hatte, den Block hochzuschieben. Deswegen hat man da halt diese Nische dann eben mit Handarbeit reingeschlagen. Genau, aber irgendwie, falls das jetzt Ventile waren, um hier einen Gang zu verschließen, dann müsste es ja irgendwie Hinweise darauf geben, dass diese wahnsinnig großen Blöcke, tonnenschwer, dass die halt irgendwie hin und her geschoben werden konnten. Jetzt eben, hier siehst du in der unteren Position den Block und der hätte theoretisch irgendwie hier nach oben geschoben werden müssen. Das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Und noch ein Hinweis, der dafür wichtig ist, der vielleicht auch in Verbindung mit den ganzen anderen Pyramiden eine Rolle spielen könnte. Und da geht die Forschung ja weiter, diese alternative Forschung von ihm jetzt oder von anderen Leuten. Und zwar, was da noch eine Rolle spielt, wenn ich hier nochmal auf Google Earth gehe. So, wir haben jetzt diese Knickpyramide. Hier siehst du die. Und hier ist diese Verbindung. Und wovon, ja, er jetzt ausgeht, ist, dass dieses ganze Areal um die Knickpyramide herum, also dieser Bereich hier, upsala, das wollte ich nicht, also dieser Bereich, wo habe ich hier meinen, dieser Bereich mit der Mauer, dass der im Grunde genommen, naja, gefüllt war mit Wasser. Also das hier war in Wirklichkeit ein Wasserbecken, in dem die Pyramide stand. Und dieser Wasserstand wurde auf eine bestimmte Art und Weise genutzt. Wasser, Druck, kann man ja vielleicht technisch nutzen. In die Richtung geht es gleich bei dieser Nebenpyramide. Ja, das Ganze, das ist eben auch so eine Theorie, wäre dann halt von hier oben befüllt worden. Moment. Also hier oben eben über diesen Kanal. Und wir haben uns das angesehen, wenn wir da halt ein Höhenprofil drüberlegen. Upsala. Von, ja, der, vom damaligen Nilverlauf. Sag ich mal, wo habe ich das? So, dann sieht man hier, ne, Knickpyramide. Da, wo dieser vermeintliche Tempel stand, angenommen, das wäre einfach die Wasserzufuhr gewesen. Dann war das nämlich so, dass dieser Bereich an einem früheren Nilarm dran war. Hier ist dieser dunklere Bereich. Das sieht man, wenn man sich da im Grunde genommen alte Karten anguckt, ja, von dem Höhenprofil dieser Region. Das haben wir eben hier. Da siehst du, dass diese ganzen, naja, kleinen Adern, die hier reingehen, das waren eben Wasseradern, die früher dann irgendwie auch mit diesem wahnsinnig breiten Nil verbunden gewesen sein müssten. Also das ist das, was da zu erkennen ist. Das Faszinierende ist, falls die Pyramiden als technische Bauwerke Wasserkraft genutzt haben, auf die eine oder andere Art und Weise, dann wäre es logisch, dass die Pyramiden auch an dem früheren Verlauf des Nils sich orientiert haben und daran gebaut worden sind. Und das ist das, was du hier erkennst. Also hier unten haben wir die Knickpyramide. Die ist eben hier direkt am Nilarm dran gebaut. Rote Pyramide, gut, die ist nicht direkt dran, aber nicht so weit weg. Dann haben wir hier oben weitere Pyramiden. Hier nochmal Pyramiden. Und alle sind im Grunde genommen an diesem Bereich, wo früher dann auch Ausläufer des Nils gewesen sein mögen. Also könnte es sein, hier oben dann eben auch Gizee Plateau. Das ist auch direkt am Nil. Also da weiß man auch, dass da früher halt ja direkt an dem Plateau auch Boote anlanden konnten. Also war es vielleicht so, dass da Wasserkraft genutzt wurde. Darum soll es jetzt einfach gehen. Und wie gesagt, manche geologischen Daten weisen darauf hin, die wir uns hier so anschauen können. Genau, also das ist alles so das Besondere an der Knickpyramide. Diese merkwürdigen Gangsysteme, die auch nicht so sind wie bei anderen Pyramiden. Diese merkwürdigen Blockiersteinsysteme, die da sind. Und dann eben auch die Tatsache, dass es da diese Nebenpyramide gibt, die wir uns angeschaut haben. Also auch das interessant. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Hier, diese kleine süße Nebenpyramide. Also die werden wir uns jetzt genauer betrachten. Und steigen wir doch mal in das Thema ein. Also die Rätsel, habe ich es hier mal überschrieben, die Rätsel der Nebenpyramide. Übrigens, falls du hier nichts verpassen möchtest bei dem Kanal, dann lass gerne ein Abo da, damit du auch immer die neuesten Videos mitbekommst, wenn sie dann rauskommen. Würde mich sehr freuen. Gut, der Aufbau der Nebenpyramide. Ich möchte dafür ein Video mal zu Rate ziehen, was eben von Joffrey Drum stammt. Ich verlinke die Quellen alle unten drunter immer in der Videobeschreibung. Hinweis da drauf, wenn du das im Original dir mal anhören möchtest. Er hat hier eine Aufnahme, wo er diese Knickpyramide besucht. Und das hier ist jetzt die Nebenpyramide, die eben zusammengefallen aussieht. Aber man kann noch reingehen. Was er hier zeigt, ist, dass in der Nordseite der Knickpyramide, dass hier an dieser Stelle, naja, dass man da irgendwie rumgebuddelt hat unten. Also da hat man versucht, an irgendwas dran zu kommen, so wie es aussieht. Siehst du da unten. Das zeigt er hier. Und das Interessante ist, dass diese Stelle, die wir da haben, wo er jetzt drauf zeigt, wo da gegraben wurde. Da müsste man sich natürlich fragen, warum wusste man, dass man da graben soll? Wieso genau an dieser Stelle? Was hat man da am Boden gesucht? Und das ist relativ einfach zu erklären. In gerader Linie zu diesem Punkt führt nämlich, mehr oder weniger, der Eingang dieser Nebenpyramide. So, wenn man da gräbt, müsste man denken, ja, ist da irgendwas unterirdisch? Gibt es Hinweise darauf, dass etwas unterirdisch verläuft? Von dieser Pyramide eben hier zu, ja, der Hauptpyramide. Und da weist er jetzt drauf hin. Da ist nämlich eine Stelle jetzt hier. So, das zeigt er jetzt hier. Und zwar dieses Viereck im Boden. Also da ist irgendwie, hat man an dieser Stelle, wo hier der Sand ist und hier diese Mauern. Ja, ist jetzt die Frage, hat man da schon mal auch nach etwas gegraben? Was ist unter dem Sand? Das wäre so eine Frage, weil es genau eine Linie eben gibt zu diesem anderen Ausgrabungspunkt an der Knickpyramide selbst. Also hat man da nach einer unterirdischen Verbindung gesucht zwischen Nebenpyramide und Hauptpyramide. Könnte das sein. So, das ist die eine Sache, die wir hier haben. Genau, und dann gucken wir mal ganz kurz weiter. Und zwar, so, hier zeigt er das nochmal. Also immer noch der Eingang jetzt hier rechts ist die Nebenpyramide. So, und da haben wir eben hier, zack, diese Verbindung. Diese Verbindung, die dann im Grunde genommen, also wenn man da eine Verbindung vermutet, käme man halt direkt zu dem Eingang da hinten hier hin. Das ist das, was er hier eben zeigt. Wo nicht nur er die Vermutung hat, sondern auch andere Forscher, die halt die Nebenpyramide genauer unter die Lupe genommen haben vom Isita Project. Also auch da ist er nicht der Einzige, der sagt, Moment mal, hier sieht es danach aus, dass es eine Verbindung gibt. Und dass das wahrscheinlich ist, sehen wir gleich auch innerhalb der Nebenpyramide. Wenn wir da nach unten gehen, mal, jetzt steigen wir also in die Nebenpyramide ein. Und wie sieht die eigentlich aus im Querschnitt? Wo geht er jetzt hier rein? Was ist das genau? Also er geht jetzt hier so einen kleinen Schach runter, guckt sich das da an, wie es da aussieht. Also erzählt ein bisschen was. Die ist im Grunde genommen sehr unspektakulär aufgebaut. Ich zeige mal eine Seitenansicht. So, das haben wir nämlich hier. Also er befindet sich jetzt gerade hier an dem Punkt, ne, hier. Hier an der Stelle, da geht er rein, so gesehen. Hupsala. Machen wir mal einen Pfeil. So, da geht er jetzt runter. Und dann kann man da wieder hochlaufen. So, ganz einfach, das ist die Seitenansicht. Und dann, wenn man da hochgelaufen ist, kommt man hier in einen Raum rein. Dieser Raum, der ist hier nochmal aus der anderen Perspektive dargestellt. Also hier diese linke Variante, das ist einfach nur die andere Perspektive. Da ist nicht irgendwie links noch eine Kammer in der Nebenpyramide. Ne, das ist die Kammer, die im Zentrum liegt. Nur eben aus einem anderen Winkel jetzt, ne. Wenn man die einmal dreht, dass man dann halt eine andere Perspektive hat. Also ganz easy, das gucken wir uns an. Wie gesagt, er läuft hier runter, läuft hier hoch. Und dann kommen wir hier in die Kammer. Und von der Kammer aus, siehst du, dass hier schon, hier geht irgendwas nach unten. Gucken wir mal ganz kurz ins Video wieder rein. So, zurück zum Video. Kann man hier auch schneller drehen. So, zack. Also er läuft hier runter. Die Stufen und die Treppen und das Holz, ja, und das Geländer. Das war natürlich ursprünglich alles nicht da drin. Das ist klar. Also relativ logisch. Ja, da wurde irgendwie reingeprügelt, reingeschlagen, reingemeißelt, um zu gucken, ob da noch irgendwie was ist. Okay, jetzt ist eben die Passage, wo es dann auch wieder hoch geht. Mal kurz einen Sprung, erklärt hier noch was zu der Wand. So, und dann geht es da wieder hoch. Die paar Meter. Alles auch sehr eng. So, ja, das, dieser Vorsprung, den wir gerade auch gesehen haben. Wenn ich nochmal kurz in die Zeichnung gehe. Hier an dieser Stelle, ne, da ist, die Decke geht so nach unten, macht so einen Knick. Also hier nochmal größer, ne, hier. Zack. Und da guckt er gerade runter, oder hat er gerade runter geschaut. Gut, das ist das, was wir da haben. Also hier dieser Vorsprung. So. Ich springe nochmal kurz. Da Vertiefungen in der Wand, was auch immer da drin gewesen sein mag. Ja, und jetzt geht er ganz hoch eben in diese Kammer, die sich da befindet. Und die ist so, ich glaube, 1,6 mal 1,6 Meter. Schrieb der Keith Hamilton in seiner Abhandlung, in dieser PDF-Abhandlung. Die verlinke ich auch unten drunter. Also hier drinnen, ne. Das ist dann eben dieser Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden. Hier der Raum. So, ne. Da sind wir jetzt angekommen. Der ist relativ klein. 1,6 mal 1,6 Meter. Und was sagt uns das jetzt in Bezug auf die Theorie, dass das vielleicht eine Grabkammer gewesen sein könnte? Und dann nehmen wir jetzt mal einfach den Artikel von Wikipedia, was der archäologische Mainstream sozusagen dazu schreibt. Dafür ist Wikipedia immer ein hervorragendes Instrument. Nicht um die verrückten Sachen sich anzuhören und das, was irgendwie an abgefahrenen Theorien gerade erforscht wird. Oder so abseits des Mainstreams passiert. Sondern einfach, was sagt jetzt die Archäologie, die Standard-Ägyptologie dazu? Und genau, gucken wir uns das mal ganz kurz an. Also die Nebenpyramide. Was steht hier? Warum gab es die? Ja. Die Nebenpyramide wurde von Herbert Ricke ursprünglich für das Grab der Königin Hetipheris I. gehalten. Die heutige Pyramidenforschung erkennt in diesem Bau eine Kultpyramide. Das ist hier Rainer Stadelmann. Also zumal der gesamte Bezirk der Knickpyramide als Stätte für den Königskult umfunktioniert wurde und es keine Hinweise auf eine Bestattung gibt. Okay. Gut, jetzt könnte man sich fragen, aha, keine Hinweise auf eine Bestattung, wird umfunktioniert. Ist das alles? Ich lese nochmal weiter. Die Substruktur der Nebenpyramide. Von einem Eingang in etwa zwei Meter Höhe an der Ostseite der Nebenpyramide verläuft ein absteigender Gang, etwa zehn Meter in den Untergrund. Haben wir gesehen. Von dort führt eine aufsteigende Galerie zur Hauptkammer. Diese aufsteigende Galerie stellt das direkte Vorbild der großen Galerie der Cheops-Pyramide in Miniatur dar. Naja, also gut, das ist einfach ein Gang, der hoch geht. Ob man da jetzt sagen möchte, dass das ein Vorbild dafür wäre oder so, da würde ich mal ein dickes Fragezeichen dran machen. Die große Galerie der Cheops-Pyramide ist schon ein bisschen anders. Also das haben wir uns genauer angesehen mit diesem Kraggewölbe, was da ist. Das ist schon ein bisschen abgefahren alles. Aber gut, steht jetzt hier erstmal so. Die aufsteigende Galerie führt zu einer Kammer mit einer Bodenhöhe etwa sieben Meter über dem Umgebungsniveau, womit sie als einzige Kammer einer Nebenpyramide im Pyramidenkorpus selbst liegt. Die Kammer ist ebenso wie die der Hauptpyramide mit einem Kraggewölbe versehen. Hier diese Wände, die so hoch gehen. Bei einer Länge von nur 1,6 Meter ist eine Bestattung in dieser ausgeschlossen, sodass die Nebenpyramide sicher als Kultpyramide identifiziert werden kann. Okay, und das finde ich jetzt interessant. Das ist nämlich, wie heißt das nochmal, ein logischer Fehlschluss. Also das ist ein logischer Fehlschluss. Jetzt sagt man hier, naja, weil die Pyramide nur 1,6 Meter ist und das ist für eine Bestattung zu klein, weil A kann nur B sein. Also weil das nicht da ist, es kann keine Bestattungskammer sein, weil sie zu klein ist, deswegen kann es ja nur eine Kultpyramide sein. Und das ist ein logischer Fehlschluss, wo man ja, das Argument der Lücke ist das so gesehen. Weil da etwas nicht ist, muss das andere stimmen. Und das ist halt in der Logik, wie gesagt, ein Fehlschluss. Also es könnte ja auch immer noch was anderes sein. Es muss ja jetzt deswegen keine Kultpyramide sein, sondern es könnte halt auch von mir aus ein Vorratslager gewesen sein. Für irgendwas. Also weder Kultpyramide noch Beerdigungspyramide, Bestattungsraum oder sowas, sondern einfach ein Vorratsraum für Schippen. Oder es hätte halt ein kleiner, was weiß ich, Partykeller sein können. Oder völlig abstrus. Oder eben, was wir jetzt überlegen, es hätte eine technische Funktion haben können. Also das, wie hier argumentiert wird, weil es keine Grabkammer sein muss, kann es nur eine Kultpyramide sein. Das ist, glaube ich, diese Logik, die leider ganz oft vorkommt, aus meiner Sicht, so empfinde ich das immer, dass man eine Sache ausschließt und dann kann es ja nur eine Kultpyramide sein. Oder wenn es das nicht ist, es kann ja nur eine Grabkammer sein. Und da vielleicht verstehst du, was ich meine. Das kommt mir immer so vor, als ob da die Logik wirklich extremst eingeschenkt Scheuklappen auf hat. Es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten noch, die man doch auch offen lassen sollte und untersuchen sollte. Zumindest hinterfragen darf, was wir hier gerade machen. Aber nochmal, gut, das ist jetzt hier das, was wir im Grunde genommen in Wikipedia gefunden haben. Das Argument ist jetzt nicht, dass innerhalb der Pyramide, innerhalb des Raums, den wir da haben, dieses Mini-Krakewölbes, dass da irgendwie richtig coole Hieroglyphen drin sind und da irgendwie drinsteht, das war hier der Kult des So-und-So oder irgendwelche anderen Gegenstände, die das ganz deutlich bezeugen oder irgendwelche Figuren oder Statuen. Nee, nichts dergleichen. Einfach nur, weil es nicht groß genug ist für ein Grab. Dann muss es halt eine Kultpyramide sein. Ja, logischer Fehlschluss. Okay, aber trotzdem, das ist die offizielle Erklärung. Gehen wir zurück zu den anderen Dingen, die wir uns jetzt hier noch anschauen wollten. Und zwar in dem Video. Wir haben jetzt hier schon eine sehr merkwürdige Sache. Vielleicht siehst du das. Hier diese schwarzen Striche, die wir da haben an diesem Krakgewölbe. Was ist das? Wir haben in der roten Pyramide uns mal ähnliche Sachen angeguckt. Da ist in der obersten Kammer, ist nämlich auch an ganz vielen Stellen immer so, ja sind so schwarze Abs, haben sie so schwarze Sachen abgesetzt. So eine Patina oder was auch immer das da genau ist. Und der Geoffrey Drum vertritt da halt die Theorie, dass innerhalb dieser Reagenzgläser, dieser Kammern, wo chemische Prozesse stattgefunden haben, dass halt je nach Kammer, manche so genutzt wurden, dass halt mit einem erhöhten Druck gearbeitet wurde innerhalb der Kammer. Und dass, wenn das der Fall ist, dass das in den Kammern genutzte Kalkstein, der in den Kammern genutzte Kalkstein, dass der halt unter diesen erhöhten Druck- und Hitzebedingungen, ja wie so bestimmte Chemikalien, also Prozesse darin stattfinden, die, ich sag mal, ausschwitzen. Das ist jetzt natürlich falsch bei einem Stein. Aber wo halt deswegen diese, ja, schwarze Verbindung austritt und sich da ablagert. Er spricht ja halt über Strontium, hat nichts mit Radioaktivität zu tun oder so, sondern einfach etwas, was mit Kalkstein auch in Verbindung stehen kann. Haben wir uns im anderen Video angesehen über die Rote Pyramide, wenn es dich interessiert. Das ist das Video, wo es um die Fledermausfäkalien geht. Das wird nämlich oft als Erklärung dann gesagt, dass diese schwarzen Ablagerungen hier doch Fledermausfäkalien wären. Also in der Roten Pyramide ist die Erklärung da. Genau. Geoffrey Drumm sagt so, nee, seiner Meinung nach handelt es sich hier eben um Ablagerungen, die, man hat die auch fast wie so einen Bogen, der hier entsteht. Also die an bestimmten Stellen da sind, an anderen nicht. Die sozusagen für, naja, unterschiedliche Belastungen oder auch Flussdynamiken innerhalb dieser Kammern stehen könnten. So, das ist seine Theorie dazu. Dass sich dann deswegen an bestimmten Stellen diese Absetzungen bilden. Genau, das ist also diese kleine Kammer und diese merkwürdigen dunklen Ablagerungen, wo es mal interessant wäre, ob es dazu auch chemische Analysen gibt. Hat er bisher nicht veröffentlicht. Ob da was gemacht wurde. Aber vielleicht wird das ja nochmal in den Angriff genommen. Genau. Und da zeigt er uns nochmal eben dieses Muster, was hier so schräg nach oben verläuft. Als ob, ja, als ob das auch irgendeinen Grund hat, dass da halt so diese Schräge entstanden ist. Warum ist das genau so aufgetreten? Hat das mit Druckverhältnissen zu tun, die auf den Steinen drauf gelastet haben? Und deswegen diese Reaktion im Stein, dieses Strontium ausgeschwitzt haben. Also in dieser Verbindung gar. Okay. Was haben wir hier? Das ist der Schacht, der nach unten geht. Das hat uns jetzt noch interessiert. Hier in der Grafik haben wir ja hier diesen Schacht, der nach unten geht. Also hier das da. So. Und da ist die Frage, wie tief geht denn der nach unten? So, hier ist der ja nur so ein Stückchen eingezeichnet. Das Interessante ist aber, was wir jetzt hier in dem Video ja gesehen haben, dass der Boden mit Sand gefüllt ist. Wäre doch interessant, den mal wegzuschippen. Und könnte es sein, dass also dieser Schacht hier nach unten in den Boden geht und dann eine Verbindung zu der Knickpyramide hat, nach der vielleicht draußen gesucht wurde. Die Verbindung Nebenpyramide, Hauptpyramide, ist das sozusagen der Verbindungsschacht. Ja, das die Sachen, die wir hier jetzt zu den Nebenpyramiden-Rätseln uns angesehen haben. Ziemlich verrückt also. So eine kleine, enge, merkwürdige Pyramide, die als Kultpyramide, ja, welchen Zweck gehabt haben soll. Das wäre nämlich auch mal interessant. Wenn es eine Kultpyramide war, dann reicht es ja jetzt nicht zu sagen Kultpyramide, sondern dann wäre es auch interessant zu sagen, ja, warum ging die denn erst hier? Warum ging die denn erst hier nach unten? So, und warum ging die dann wieder nach oben? Warum ist denn hier so ein Absatz drin? Warum haben wir jetzt hier dieses Krakgewölbe drin? Warum der Schacht hier nach unten? Wo führt der hin? Was soll das? Also was hat das für kultische Bedeutung? Das wäre ja gut, das aufzulösen. Andere Sache jetzt, wenn man die Theorie vertritt, dass die Pyramiden irgendeine andere Funktion hatten. Viele tendieren ja gerne dazu, dass die Pyramiden vielleicht, ja, vielleicht auch irgendwelche Einweihungen erlaubt haben, irgendwelche spirituelle Bedeutung hatten, irgendwas, was übernatürlich in der Hinsicht, was Bewusstsein angeht. Dann wäre auch da die Frage, warum sind die Pyramiden denn dann so unterschiedlich in den Gangsystemen und wofür wäre denn dann hier in dem Punkt, naja, hier der ganze Kladderadatsch gewesen? Wenn es eben um so eine Einweihung in irgendwelchen höheren Sphären geht oder so. Das wäre auch interessant, da einfach mal eine Theorie zu entwickeln, die schlüssig ist, die greift. Was ist jetzt seine Theorie? Also was sagt jetzt Drum zu der ganzen Geschichte hier? Ich habe es ja schon die ganze Zeit anklingen lassen. Also er hat die Theorie, dass die Knickpyramide hier eigentlich nur eine Pumpe war, ein Pumpsystem, um Dinge bewegen zu können innerhalb der großen Pyramide. Also halten wir nochmal fest, drei Punkte und zwar die wahrscheinliche oder mögliche Verbindung von der Nebenpyramide zur Hauptpyramide durch einen unterirdischen Gang, der mit Sand gefüllt ist und man hat gesehen, irgendwie wurde da nachmal gegraben. Dann haben wir hier dieses Krackgewölbe, diese nach oben zulaufende Decke, da hat er an anderer Stelle schon mal die Theorie gehabt, naja, wenn es so nach oben zuläuft, könnte ich, oder könnte er, das zeige ich mal ganz kurz, wenn man so einen Bereich mit Flüssigkeit füllt, also hier haben wir jetzt nochmal das gleiche Bild. Und angenommen, um die Pyramide herum wäre der Wasserstand angestiegen und man hätte ein Wasserbecken gehabt, in dem sozusagen die Pyramide und Nebenpyramide lagen, dann hätte das so ausgesehen, dann wäre im Grunde genommen bis zu dieser Höhe ungefähr, also wäre nicht alles, aber wäre bis zu einer bestimmten Höhe, die das Kammersystem geflutet worden, also hier das alles, wäre alles geflutet gewesen. Aber was passiert wäre, ja, dass hier dieser Bereich, dieses Krackgewölbe, was nach oben sich verengt, dass sozusagen, wenn da noch Luft eingeschlossen wird, dass die Luft zusammengedrückt wird und wie so eine Feder wirken kann. Also das ist Teil seiner Theorie, dass eben, wenn der Wasserstand hier gestiegen ist, so, ich zeige es hier links nochmal, also hier steigt der Wasserstand an, zack, so bis da, und dann steigt er noch ein bisschen höher, so bis da, und dann steigt er noch einen Ticken höher, na, kriege ich noch einen Ticken höher hin? Nee, will er gerade nicht. Na, aber du verstehst, was ich meine, der Wasserstand steigt höher und dann wäre eben dieser Bereich der Pyramide, der hier oben ist, das wäre sozusagen, ja, dieses Krackgewölbe und da mit dem nach oben verengenden würde, wie so eine Feder aus Luft entstehen. Das ist seine Theorie, was ich tatsächlich nicht ganz verstehe und das wäre mal interessant von euch da draußen, falls jemand da ist, der sich mit Hydraulik beschäftigt, der vielleicht Pumpenhersteller ist, in so einem Bereich mal gearbeitet hat oder sowas. Also wie hätte das funktionieren können, dass man innerhalb dieses Bereichs einen Kolben bewegt, also der ist hier mal einfach eingezeichnet, hier, ne, ein Kolben, so. Hier oben sind übrigens auch Steine, die stehen da heute auch noch, so. Also es kann auch sein, dass hier irgendwie ein Kolben war oder auf der Seite, der sozusagen dann Druck ausüben konnte, um ein hydraulisch geschlossenes System steuern zu können. Also hier wird Druck ausgeübt in der Nebenpyramide durch das Wasser ringsherum und innerhalb der großen Pyramide könnten Dinge bewegt werden. Darum geht es. Warum, und das wäre eine Frage an euch da draußen, warum wäre dieser Aufbau hier sinnvoll, wo es nach unten geht, nach oben geht? Warum dieser Knick hier? Warum sind hier Blöcke angesiedelt? Hat da jemand eine gute Idee? Ich habe es beim Joffrey Drum nicht komplett irgendwie für mich abschließend erklärt bekommen. Aber zumindest hat er hier eine Überlegung einer Funktion, die ineinander greift mit den anderen Ideen, dieses Wasserreservoirs, dieser Befüllung, dafür, dass halt Dinge bewegt werden müssen in der Pyramide, der Knickpyramide. Genau, also offene Fragen, nicht alles geklärt, aber vielleicht hat jemand von euch eine coole Idee. Schreibt gerne mal unten drunter in die Kommentare dann, was deine Idee dazu ist. Genau, gerade wenn du vom Fach wärst, wäre es wirklich interessant. Okay, also hier, gehen wir mal davon aus, die Nebenpyramide war jetzt ein hydraulisches Pumpensystem, ein Drucksystem, mit dem ich halt Druck erzeugen und innerhalb der benachbarten Pyramide, der Knickpyramide verteilen konnte, Dinge bewegen konnte. Wäre natürlich interessant, das unterirdische Tunnelsystem dafür dann zu sehen, was da hinführt. Sehen wir leider nicht, ist nicht ausgegraben. Aber gibt es Hinweise dafür, dass die Blockiersteine, die wir uns eingangs angesehen haben, dass diese Blockiersteine hier, dass die irgendwie wirklich bewegt werden konnten? Die sind ja hier wahnsinnig groß, siehst du ja, das ist ja so ein Tonnenblock. Gibt es da Hinweise darauf, dass die bewegt werden konnten? Und dazu möchte ich nochmal eine Sache abspielen. Und zwar ein Video. So, da nehme ich dich mal kurz mit rein, was erklärt, wie eine Hebebühne funktioniert. Jetzt halte mich nicht für verrückt. Guckst du dir einfach kurz an, ist cool erklärt, geht zwei Minuten oder so. Und da wird halt erklärt, wie man mit Wasserdruck Dinge bewegen kann. Ja, ich mache es mal eben hier an. Da sie keinen Wagenheber dabei haben, fahren sie zu ihrer guten Freundin Anna. Diese behauptet, das Auto mit eigener Kraft anheben zu können. Dazu benötigt sie nur ihre hydraulische Hebebühne. Diese besteht aus einer Hebebühne, auf der das Auto steht. Die Hebebühne ist ein Kolben, der bündig auf einer Wasseroberfläche steht. Dieses Wasser ist in einem geschlossenen System. Okay, ich stoppe ganz kurz. Also geschlossenes System, das wäre das, was wir jetzt auch sozusagen erzeugt haben wollten, zwischen der Nebenpyramide und der Hauptpyramide. Ein System, wo Wasser sich drin befindet, was halt durch Kolben Dinge hin und her schieben kann. Ja, das ist jetzt hier, was bei der Hebebühne auch passiert. Auf der anderen Seite wird das Wasser durch einen zweiten Kolben am Austritt gehindert. Dieser Kolben ist deutlich schmaler und länger. Anna behauptet nun, dass sie einfach auf den schmalen Kolben springen muss, um das Auto anzuheben. Das schauen wir uns mal genauer an. So, ich stoppe nochmal kurz. Also in dieser schmale Kolben, das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, wie wäre die Verteilung des Wasserdrucks innerhalb dieses Systems der Pyramide. Aber das ist das, was wir hier ja sehen in dieser Zeichnung. Na, wo habe ich sie? Ja. Also hier wäre es jetzt auch so, dass man sagen könnte, naja, wir haben jetzt hier vielleicht einen längeren Kolben, also einen längeren Gang jetzt hier, zack, eine längere Strecke, innerhalb der wir einen Kolben bewegen können. Oder hier irgendwie, wie auch immer das dann genau funktioniert haben soll. Aber sozusagen eine längere Strecke, in der man Druck erzeugen kann durch die Bewegung eines Kolbens vielleicht oder auf eine andere Art und Weise, die ich hier nicht komplett durchschaue. Aber vielleicht habt ihr dazu eine Idee. Aber eben dieses Ganze hier, das wäre sozusagen die, ja, der Teil von, wo haben wir es? Ja, wo die Anna auf gerade dieses, diesen Kolben da drauf getreten ist, ne? Ich springe nochmal zurück. Auf Anna wirkt die Gravitationskraft. Dadurch drückt der Kolben mit dieser Kraft auf die Wasseroberfläche A1. Dadurch erhöht sich der Druck im Wasser. Der Druck ist im Wasser allerdings überall gleich groß. So wird der Druck auch auf die Unterseite des rechten Kolbens übertragen. Die Formel für den Druck lautet folgendermaßen. Keine Panik ist sofort vorbei, ne? Also wenn du Formeln und Mathe ganz schrecklich findest oder sowas, das ist jetzt wirklich eine Minute nur ganz harmlos. Der Druck wird in der Regel mit dem Buchstaben P abgekürzt. Der Druck berechnet sich also, wenn man die Kraft durch die Fläche teilt. Nutzen wir diese Formel mal für beide Seiten. Auf der linken Seite haben wir eine relativ kleine Fläche A1 und die Gewichtskraft von Anna. Auf der rechten Seite haben wir eine größere Fläche A2 und eine Hubkraft F2. Doch wie soll aus beiden Rechnungen links und rechts das gleich große P herauskommen, wenn die Fläche A1 kleiner ist als die Fläche A2? Das geht nur, wenn die Hubkraft F2 deutlich größer ist als die Gewichtskraft F1. Somit ist die Hubkraft deutlich größer als die Gewichtskraft von Anna. Wenn du noch nicht abgeschaltet hast, gleich kommt die Animation, um die es geht. Was passiert, wenn sie da jetzt drückt? Bevor wir Anna den Wagen nun anheben lassen, markieren wir mal auf beiden Seiten die jeweiligen Start- und Endpunkte der Kolben, um zu sehen, wie weit sie sich bewegt haben. Wir stellen fest, dass der schmale Kolben links viel mehr Strecke zurücklegen musste als der rechte, breite Kolben. Was Anna an Kraft spart, muss sie an Weg mehr zurücklegen. Okay, das ist das Wichtige. Was Anna an Kraft spart, muss sie an Weg mehr zurücklegen. Das ist einfach, worum es jetzt hier geht. Man kann in einem hydraulischen System, geschlossenen und so, kann man halt durch diese Verteilung von einer Strecke den Kolben zurücklegen, kann man dann zum Beispiel auch sehr schwere Lasten anheben und so. Also darum geht es jetzt hier gerade. Das nur mal in ganz, ganz runtergedampfter Form, dass wir uns das einmal hier zusammen angesehen haben, was halt machbar ist. Also denk einfach dran, so hey krass, so eine Hebebühne funktioniert also auch mit so einer Hydraulik. Das ist das, worum es jetzt hier ging. Genau, und ich glaube, damit war auch das Video zu Ende mit den beiden hier. Nur prima. Ja, genau. Jetzt sind sie auf ihrem Auto und sind glücklich. Ja, und wir sind bei unserer Pyramide hier, Nebenpyramide, die vielleicht mit der Knickpyramide verbunden ist und auch so ein hydraulisches System abbildet, um etwas zu bewegen. Da waren wir. Und zwar um diesen Stein hier zu bewegen. Und die Frage war, gibt es einen Hinweis darauf, dass da irgendetwas war, ein Kolben oder so, der diesen Stein dann hochdrücken konnte, um den eben hin und her zu schieben. Also, dass der nicht da bleibt in der Position, sondern hier also, von hier, wo er ist, nach hier oben geschoben werden kann. Da muss der hin. Das heißt, wir bräuchten eigentlich an dieser Stelle hier unten irgendwie sowas wie Kolben, die den hochdrücken können, damit der nach oben geschoben wird. Gibt es Hinweise da drauf? Da gehen wir nochmal in ein Video rein. So. Springen wir hier kurz weiter. Haben wir es? Da nicht. Also, hier siehst du das nochmal als Zeichnung. Der Stein, der hochbewegt werden müsste. So. Hier haben wir ein Bild von früher. Oder, da ist man von ausgegangen, dass diese Holzstämme hier noch aus der Zeit Napoleons sogar stammten. Und irgendwie halt damals es geschafft wurde, diesen Stein hier hochzudrücken, man da irgendwie vorbei konnte, wie auch immer. Was aber interessant ist, was uns jetzt hier interessiert, ist, dieser Bereich hier hinten, siehst du das? Da ist so eine Rundung. Ne? Ist nicht so gut zu sehen. Aber, die ist da. Also, ich zeige es nochmal. Hier, da ist die Rundung. Na, nur in eine Richtung, bitte. Ach so. Falsch eingestellt. Also, da Rundung, Rundung, Rundung. So eine Vertiefung, ne? Die kommt jetzt nicht durch die Holzstämme, sondern da wäre halt die Frage, kann das sein, dass das eine Vertiefung in diesem Steinblock war, der hin und her geschoben werden konnte, wo vielleicht irgendwie aus der Wand heraus ein Metallstab oder sowas, den dann hochgedrückt hat an der Stelle. Dass dafür halt diese Vertiefung sogar geschaffen wurde, damit der besser aufsitzt. Könnte das sein. Lassen wir es mal weiterlaufen. Die hat man ersetzt, ne? Also, diese Holzstämme, da sind eben heute andere. Das war auch gerade auf dem Bild, glaube ich, zu sehen. Gehen wir nochmal zurück. Weiter hier. Also, heute sind hier diese, diese hier. Die sind anders. Hat man halt was anders gemacht. Neues Holz dran und so. Genau. Und, ja, er weist darauf hin, dass halt an den Stellen sozusagen auch an der Wand wie so Vertiefungen waren. Also auch da eine runde Vertiefung existierte. Wo sich die Frage stellt, ob, also da man sieht es wirklich sehr schlecht, da bräuchte man andere Fotos nochmal, aber da ist halt so eine leichte Vertiefung hier an der Stelle. in einem Foto weiter. Hier sieht man es nochmal besser. Ne? Also hier jetzt klar deutlich zu sehen. Da, ne? Habe ich hier deutlich runde Vertiefung. Aber das ist nur eine Vertiefung. Die ist ja jetzt hier ausgefüllt mit Beton. Also behauptet er, ne? Dass da halt dieses Loch, was mal existiert hat in dem Stein gegenüber dieses Blocks, dass das halt zu, ja, verschlossen wurde mit Beton, mit Steinen, wie auch immer. Dass das halt hier dann sozusagen schön sauber verschmiert wurde. Aber, seiner Meinung nach, waren das eben die Punkte, an denen in Wirklichkeit eigentlich das Mauerwerk, naja, ein Loch hatte und haben sollte, weil da halt der Stein bewegt wurde. Also weil von da aus dann im Grunde genommen hier, zack, der Stein hochgeschoben wurde. An zwei Stellen. Das ist die eine Sache, die wir als Hinweis da drauf haben. Das war eben diese Vertiefungen hier sehen, die ein Überbleibsel sein könnten. Das ist die Frage, ne? Das ist nicht ganz klar. Muss man Fragezeichen hintersetzen. Das ist kein endgültiger Beweis. Gibt es noch einen Hinweis? Gibt es noch einen Hinweis darauf, dass der Stein bewegbar war? Weil du wirst jetzt vielleicht auch sagen, was? So ein tonnenschwerer Block soll halt bewegt worden sein, immer hin und her über den Boden und so. Wie soll denn das gehen? Da müsste es doch irgendwie, ja, wie soll das gehen? Bräuchte man da Beschichtungen oder sowas für, damit der Stein irgendwie besser rutscht? Oder so. Würde man doch heutzutage irgendwie machen, ne? Den Untergrund verändern, damit halt weniger Reibung entsteht und so ein Stein bewegt werden kann. Und, oh Wunder, lass dich überraschen, was jetzt kommt. Wir springen mal weiter. Und zwar an an diese Stelle hier. Das ist nämlich jetzt wirklich krass. Also hier oben Blockierstein, ne? Also hier ist der Blockierstein. Zack, zack, zack. der eine, der hochgeschoben ist. Also einer ist unten, einer ist oben, ne? Von den beiden Blockiersteinen. So, und bei diesem Blockierstein, was sieht man jetzt hier, wenn du dir das anguckst? Hier, in diesem Bereich, ne? Siehst du das? Hier? Als ob da was weggebröselt ist. Ne? Hier an dieser Stelle. Und der Bereich, der sozusagen weggebröselt ist, hier, das ist rau, ne? Der Stein, rauer Stein. Aber das, was früher da war an Beschichtungen, das hier, das scheint sehr glatt zu sein. So sieht es jedenfalls aus auf den Fotos. Und das ist doch mal abgefahren, dass wenn man sagt, naja, um so einen Stein zu bewegen, müsste der Untergrund irgendwie beschichtet gewesen sein, dann scheint es so zu sein, dass tatsächlich hier am Boden eine Beschichtung war. Also hier sieht man es noch besser. Also wirklich gut zu sehen hier einfach, ne? Dass hier noch die ursprüngliche Beschichtung ist in diesem Bereich. Zack. So, ne? Also das ist alles irgendwie ursprünglich scheinbar. Und hier oben der Bereich, ja gut, das ist dann schon rau, da stimmt es irgendwie oder unten ist es weggebrochen und so, ist ja auch uralt. Ist ja klar. Aber es ist glatt, da war was drauf. Und gut, damit hätten wir einen weiteren Hinweis darauf, dass tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass diese Blockiersteine hin und her geschoben wurden. Und damit hätten wir also eine Menge Indizien. Wir haben diese Beschichtung unter dem Stein. Wir haben Löcher an der Wand, wo möglicherweise halt irgendwelche Kolben rauskamen, um den Stein zu bewegen. Wir hätten die Erklärung eines hydraulischen Systems, wofür die Nebenpyramide überhaupt da war, um halt eine Druckverteilung aus diesem umgebenden Wasserreservoir irgendwie zu erzeugen, die dann in der Pyramide halt Dinge bewegen konnte. Und was wir hier auch noch haben, das siehst du hier auf der Zeichnung, wir haben hier nämlich, wenn der Block hochgeschoben wurde, also ich zeige es nochmal, der Block hier, wenn der, sagen wir mal, in dieser Position jetzt hier war, der wurde hochgeschoben, weil irgendwie ein Kolben den hier rausgedrückt hat. So, ne, der Kolben, zack, hat den hier rausgedrückt oder zwei Kolben haben den rausgedrückt. Was ist noch auf dem Bild? Das hier. Guck mal hier hinten. Da. So ein Stoppstein. Also ein großer Klotz, der hier hinter noch ist, der im Grunde genommen verhindert, dass sich der, ja, der Blockierstein, der sich ja bewegen soll, dass der sich weiter bewegt als bis zu dieser Stelle hier. Also der kann nur bis dahin, weil dahinter eben, ja, dieser große Stein, dieser Fels noch installiert wurde. Und auch das ist ein Hinweis darauf, dass der Block hin und her bewegt wurde, dass er sozusagen bis zu einer oberen Position immer bewegt werden sollte, aber da auch stoppen sollte. Dass das nochmal eine Sicherheit war, den zu blockieren. Angenommen, man hätte hier einfach nur die Gänge vor Räubern schützen wollen und hätte am Anfang einmal so große Blöcke da irgendwie installiert, aber hätte die nachher nur runterrutschen lassen wollen. Einmal, dass die einmal runterrutschen, zack, und der Gang ist zu. Ja, dann hätte man sich doch diesen Block hier oben sparen können, den grünen, der da als Schlussstein sozusagen das nochmal irgendwie bremst. Warum hat man den dann da hingemacht? Das macht technischen Sinn, wenn der hin und her geschoben werden sollte und das eine Sicherheit war, dass der nicht zu hoch geht. Oder eben auch diese, es wäre die Frage, wie ausgeklügelt ist die Mechanik auch von diesen, ich sage jetzt mal einfach, Metallstangen, die den Block hochgedrückt hätten. Also wie gut abgestimmt ist das Ganze? Und war das vielleicht ein automatisiertes System, dass der Block sich auch nicht weiter bewegen durfte, um halt auch wieder ein bestimmtes Druckniveau zu halten? War das vielleicht sehr fein austariert? Das wissen wir alles nicht genau, weil wir die inneren Verbindungen da nicht kennen. Aber wir hätten halt auch mit diesem Stein hier nochmal ein Indiz mehr, zu sagen, hey, hier gab es eine Mechanik, das sind Ventile gewesen, die diese Kammern irgendwie abschotten konnten und wieder öffnen konnten, um halt einen Flüssigkeitsaustausch oder irgendwelche chemischen Prozesse zu erlauben. Das ist das, was wir hier in diesem Video uns anschauen wollten. Also verrückte Dinge, wie du merkst, die im Grunde genommen ja immer mehr Hinweisen darauf geben oder zumindest eine Theorie weiter ausbauen, die das Ganze hier relativ interessant macht, finde ich immer wieder. Also das ist nicht einfach jetzt so eine punktuelle Sache, so ich nehme nur eine Pyramide und sage, die erzeugt die Energie, sondern wir haben jetzt hier eine Theorie, die aufeinander aufbaut bei mehreren Pyramiden im Ablauf von chemischen Prozessen, einer industriellen Produktionsanlage, was wir heute auch haben, industrielle Produktion, die aufeinander aufbaut. Wir haben nicht einfach nur eine Erklärung von einer Pyramide oder so, wo wir sagen, hey, das war irgendwie, um in eine höhere Bewusstseinssphäre zu kommen, was ich nicht schlecht reden möchte, das ist ja auch super interessant, die Theorie, aber dann wäre die Frage, wofür sind die anderen Pyramiden da gewesen? Warum brauche ich dann solche Blockiersteine und wie wurden die bewegt und was wurde mit denen gemacht und so? Also diese Theorie, die wir hier verfolgen vom Drum, ist halt wirklich interessant, weil immer mehr Einzelheiten zusammenkommen. Diese Beschichtung unter dem Stein, dass es da glatter war, dass der bewegt werden konnte, möglicherweise. Also verrückte Sachen, die wir hier sehen und ich hoffe, dass das für dich interessant war, auch jetzt mal einfach sich diese Aspekte zu der Nebenpyramide genauer anzusehen. Also hatte das Bauwerk einen industriellen Zweck? Mag sein. Irgendwas, wo man weiter forschen sollte. War die Kultur damals weiter als wir heute? Vielleicht nicht. Vielleicht haben sie auf eine sehr mechanische Art und Weise chemische Prozesse genutzt, physikalische und chemische. Vielleicht waren sie in manchen Sachen weiter, vielleicht in anderen überhaupt nicht. War das eben überhaupt eine Kultur, die soweit technisch schon war, dass sie sowas hier gebaut hat? Also wir sammeln hier weiter in dem Kanal. Da werden wir uns noch andere Dinge anschauen. Und wenn du nichts verpassen möchtest davon, dann kann ich nur immer wieder ermuntern, dass du hier gerne ein Abo dalassen kannst, damit du die nächsten Videos dann auch mitbekommst, wenn hier in Abstand von ungefähr vier Wochen oder so auch dieses Thema weiter verfolgt wird von antiken Zivilisationen, möglichen Fortgeschrittenen, was da so gewesen sein mag. Wenn du den ganzen Kanal hier unterstützen möchtest, ich freue mich über das Abo, ich freue mich über das Like des Videos, hilft allen dann, dass das Video weiter verbreitet wird bei YouTube. Schreib deine Kommentare unten drunter, super interessant immer, vielen Dank dafür. Und wenn du den Kanal finanziell unterstützen möchtest, freue ich mich da auch sehr, sehr drüber, über so eine sichere Unterstützung, nicht so über YouTube, auch wenn da ein bisschen was über Werbung ist, aber das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Also wenn du einfach finanziell hier unter die Arme greifen möchtest, steht es hier unten drunter, wie das funktioniert in der Videobeschreibung und da ein riesengroßes Dankeschön, wenn du das machst, um mir hier einfach auch mehr Freiraum zu schaffen führen. Genau, ehrlich gemeint ist Danke, fette Umarmung. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Vielleicht ist das nächste Video schon eins von den beiden, die hier gleich eingeblendet werden. Lass dich überraschen, was da erscheint, vielleicht was für dich dabei. Ansonsten wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.